Wir machen nämlich weiter mit der Diskussion des Tages. Zeigen oder nicht zeigen, ist diesen Sommer ein wichtiges Thema, wenn es um den BH geht. Das hast du sehr schön sachlich eingeführt. Aber ja, wir Frauen machen uns da jeden Tag Gedanken drüber. Und die gute Antwort ist, wir dürfen ihn zeigen, Leute. Wie man ihn also perfekt ins... Hallo, zurück bei Tuff Live aus München. Was? Ja, und ich finde es sehr gut, dass Sie gerade da sind, weil vielleicht können Sie mir jetzt mal kurz helfen. Sind Sie in der letzten Zeit in den Urlaub geflogen? Können Sie mir die Frage beantworten, warum sind Flugzeuge eigentlich immer weiß?